Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu TrackNerds, dem Star Trek Discovery Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir der Barai direkt von der Brücke der Discovery, der Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage besprechen wir für euch zwei Folgen Star Trek Discovery aufgrund der ungeraden Zahl. Stimmt eigentlich gar nicht, wurscht, wir haben heute die letzte Folge, verdammt. Ja, das passt schon. Stimmt, wir haben bei Folge 9 alleine gemacht und mit Season Recap. Heute besprechen wir Folge 14 und 15 mit den Titeln Flucht nach vorne und Nimm meine Hand. Aber zuerst mal noch eine kleine Ansprache in eigener Sache. Wenn ihr nämlich etwas mehr von den TrackNerds und von Nerdizismus hören wollt, dann kann euch der Michael jetzt sagen, wo ihr das tun könnt. Ihr findet uns wie immer auf Nerdizismus.de. Da habt ihr nämlich ganz viel Auswahl, unsere bisherigen Episoden alle anzuhören, anzuschauen, zu gucken, was wir sonst so machen. Und ihr findet uns natürlich auch auf diversen Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter. Wir sind sogar bei Instagram, wenn auch nicht besonders aktiv. Und ja, wenn ihr uns unbedingt nur hören wollt, das könnt ihr auch komplett bei iTunes machen und bei diversen anderen Kanälen. Dazu geht ihr am besten mal uns auf die Webseite, drückt auf den Abonnieren-Button und euer Feedreader saugt sich dann im Prinzip das alles, wo ihr uns herbekommt. Eine Warnung noch an alle, die neu einsteigen. Hier wird natürlich fleißig gespoilert. Das ist ein Recap. Wir gehen also davon aus, dass euch das entweder egal ist oder ihr die Folge schon gesehen habt. Ja, steigen wir mal ein mit der Handlung. Ich fasse die zwei Folgen mal so ein bisschen zusammen. Es geht eigentlich nahtlos weiter mit Folge 13. Der Imperator und ich mache der Einfachheit halber einfach die Namen immer ein bisschen abgekürzt. Imperator trifft also auf Saru und es ist irgendwie komisch. Das war so der erste awkward Moment, wo ich mir dachte so, okay, das wird irgendwie nicht so dolle werden. Dann geht es weiter, dass die Michaela den Ashwog nicht sehen will und der Ashwog, jetzt ist er doch endlich mal der komplette Tyler. Dann trifft man auf die Reste der Föderation, ist ja wirklich nicht mehr viel übrig und man kriegt ein Update über den Krieg und es gibt nur noch eine Sternenbasis, die nämlich nah an der Erde ist. Dann treffen sich Stamets und Tyler und wie Stamets sich verhält, ist ja so, also so ist der Mensch in der Zukunft. Und auch die ganze Crew ist ja, wie sie ihn dann wieder zu einer Familie, in die Familie reinholt, also ist ja sehr Wahnsinn. Dann fliegen sie weiter zur Sternenbasis, aber die ist kaputt. Und also kommen sie auf die absolut naheliegende Idee, dass man dann eben einfach das Klingonimperium erobert soll. Ja, wie du mir, du ich dir. Und der Imperator sieht das als Chance und fängt natürlich an, gleich Plotz hinter Michaelas Rücken zu schmieden. Um das Ganze tun zu können, muss man einen Planeten terraformen, denn man braucht wieder ein paar neue Sporen, um das machen zu können. Es gibt einen, meiner Meinung nach an der Stelle, aber da können wir später drüber reden, etwas unpassenden, also an dieser Stelle unpassenden Austausch zwischen Mashaela und Tyler, die sich aussprechen. Und dann besteht eigentlich der Plan darin, dass die Imperatorin zum Käpt'n wird, man in die Höhlen von Kronos springt und diese dann kartografiert, um militärische Ziele zu identifizieren. Ja, dann geht's weiter mit Folge 15. Die Klingonen stehen kurz vor der Erde und die Imperatorin gibt jetzt den neuen Georgiou, aber allerdings extremst unglaubwürdig und extremst Imperatorenmäßig, sodass sie die Michaela sogar so weit treibt, sie also fast schon zu enttarnen. Das kann sie dann gerade noch verhindern. Imperator foltert dann L'Orel, aber ohne Erfolg. Das hätte man, glaube ich, auch schon vorher wissen können. Und dann ist man also endlich bei Kronos angekommen. Das Außenteam, bestehend aus Esch, Tilli, Imperator und Michaela, beamen sich in einen orionischen Außenposten. Man fragt sich, warum sie sich nicht wenigstens grün angemalt haben. Und das Erste, was die Imperatorin macht, sie geht erstmal in den Buff und die Tilli nimmt Drogen. Dann bemerkt Tilli, dass sie gar keine Drohne hat, also eine Kategorierungsdrohne, sondern in dem Football, um mal in dieser Terminologie zu bleiben, weil wir auch letztens gerade den Superbowl hatten. Ist ja dann eine Bombe drin, die die Imperatorin unter Kronos platzen lassen will, um damit einen Völkermord an den kompletten Klingonen zu begehen. Das kann natürlich die Michael nicht auf sie sitzen lassen. Sie überzeugt dann Admiral Cornwell, dass das Ganze überhaupt nicht Federation-like ist. Kann dann auch die Imperatorin durch einen Freifahrtschein sozusagen davon überzeugen, dass sie den Zünder übergibt. Aber nicht an die Michael, sondern an L'Oreal und dann haut die Imperatorin einfach von ab und dann vereint L'Oreal die Häuser und Tyler bleibt bei L'Oreal. Der Krieg ist vorbei, die Klingonen ziehen ab und alle sind glücklich und leben bis an ihr Lebensende. Dann sehen wir noch so einen kleinen Exkurs ganz am Ende im Föderationshauptquartier in Paris. Achtung, falls sich irgendjemand vor dem Fernseher gesessen hat, das ist doch gar nicht San Francisco. Ja, in San Francisco ist die Starfleet Academy, nicht das Hauptquartier der Föderation. Bekommen alle einen Orden, werden befördert. Alan Tiddick wird Lieutenant Commander, die Michaela wird Willen Commander und wird wieder Commander und Tilly wird Feenrich. Es gibt eine pathetische Abschiedsrede und dann ab nach Vulkan. Im Nebensatz wird der Spore Drive gekillt. Es gibt einen Notruf und Tata, die Enterprise erscheint. Die End. Und ihr braucht diese Folgen nie wieder schauen, denn Chris fasst euch die ein ganz kurz zusammen und dann habt ihr auch nicht die Qual, die wir gerade durchleben müssen. Ich musste diese Folge mal für mich zusammenfassen oder diese zwei Folgen mal für mich zusammenfassen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und ich habe mir auch noch ein paar Fragen notiert und ich habe so viele Shownotes oder Notizen gemacht, wie eigentlich noch nie zuvor. Weil ich ja sonst eigentlich immer sage, ich gehe ganz spontan in so einen Podcast rein. Aber da habe ich jetzt doch einigen Redebedarf und ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie anfangen soll. Ich habe hier so viele kleine, ja, kleine Dinge zum Beispiel, dass die Klingonen Kamikaze-Angriffe machen. Das ist komplett unklingonisch. Aber weißt du, da will ich eigentlich gar nicht so drauf eingehen. Ich habe mir so fünf Fragen oder sechs Fragen mal aufgeschrieben. Aber ich glaube, aus meiner Zusammenfassung hat man heraushören können, ich war jetzt nicht so mörderbegeistert von dem Season-Finale. Was sagst du denn dazu? Und habe ich irgendwas in meiner Zusammenfassung vergessen, was essentiell gewesen wäre, was es vielleicht dann doch irgendwie noch gerettet hätte? Nö, das hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also jetzt letztendlich, wenn es um die Story an sich geht. Ich muss dazu sagen, dass wir bei uns gerade Next Generation komplett durchgucken und lustigerweise jetzt die Tage eine Folge hatten, passend zum Finale von Discovery, Yesterday's Enterprise, falls du dir in der Folge noch was sagst. Das ist eine sehr gute Folge. Das ist die mit den verschiedenen Dimensionen, oder? Wo die verschiedenen Enterprises sich an einem Punkt treffen. Kann das sein? Ja, im Prinzip. Letztendlich ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Die Enterprise kommt zu einer temporalen Anomalie. Da kommt ein altes Schiff raus. Eine alte Enterprise, die irgendwie 50 Jahre zuvor eigentlich gedient hat. Plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist Worf nicht mehr auf dem Schiff. Tasha Yar ist wieder da, die jetzt eigentlich am Ende der ersten Staffel gestorben ist. Und irgendwie fällt nur Geinen auf, dass da irgendwas passiert ist. Am Ende kommt raus, dass durch dieses Schiff, was aus der Vergangenheit gekommen ist, die Zukunft verändert wurde. Es einen 20-jährigen Krieg mit den Klingonen gegeben hat. Und die das Schiff wieder zurück in die Vergangenheit schicken müssen, damit dieser Krieg nie stattfindet. Was das Beeindruckende an dieser Folge ist. Erstens, es gibt wie fast im gesamten TNG kaum irgendwelche Action. Über alles wird geredet. Und dieser Krieg zwischen den Klingonen hat es fassbarer in dieser einen kleinen Episode als in der gesamten Staffel Discovery der ersten Staffel. Was irgendwie ganz symptomatisch für das Ganze ist. Selbst wenn TNG nur eine oder zwei Staffeln gelaufen wäre und diese Folge wäre da gewesen, wäre das Ganze nachvollziehbarer gewesen, als was uns dieses, vor allem die zweite Hälfte dieser Staffel gebracht haben. Kann man gleich nochmal drüber reden. Letztendlich, du hörst so ein bisschen auch meine Enttäuschung raus. Ich war auch nicht davon begeistert. Mich hat eigentlich jetzt im Rückblick, ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir noch eine clevere Auflösung für das Ganze bekommen. Und dass wir noch irgendwie einen Twist drin haben, der das Ganze gut macht. Und der das Ganze noch mehr in Richtung Star Trek bringt und uns wirklich Konflikte durchpaukt, die bisher nur vermieden worden sind. Aber nein, es war einfach, es ist einfach von allem das Gleiche gewesen. Es wurde alles vermieden, es wurde ein bisschen auf Action gesetzt, es wurde der leichte Weg rausgenommen. Und letztendlich hat der zweite Teil der Staffel nicht halten können, was der erste Teil versprochen hat. Aber vielleicht, bevor wir wirklich zu dem Ganzen gehen und sagen, wie uns die komplette Staffel gefallen hat, gehen wir nochmal einzeln durch. Weil es gibt in der Tat wirklich viel, was man bemängeln muss. Was schade ist, weil ich möchte diese Serie wirklich lieben. Sie hat so großes Potenzial gehabt und so tolle Crew, so gute Visuals. Leider haben dann die Details enttäuscht. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein. Und jetzt sage ich, die letzten zwei Folgen oder die letzte Folge waren sogar trackhafter als das, was davor war. Weil, wie du gerade eben gesagt hast, das Ganze nicht durch Bomben und Schießerei gelöst wurde, sondern eben halt durch Reden. Nein, 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 es wurde nicht durch Reden gelöst. Naja, doch, die Michaela redet ja mit der Cornwell, überzeugt die, dass das Böse doch ein dummer Plan ist von der Föderation. Und die L'Oreal überzeugt dann in zwei Minuten, weil sie den Trigger hat zur Bombe, wobei ich auch nicht verstehe, was da der Sinn ist, dass die Klingonen mal eben so aufhören. Also eigentlich wird der Konflikt ja durch Reden, durch Diplomatie gelöst. Das ist ja durchaus sehr trackhaft. Das Problem ist, dass die ganze Staffel vorher so null trackhaft war, dass ich es jetzt am Ende halt auch nicht mehr brauche. Ich möchte da auch nochmal wieder widersprechen, weil für mich ist das nicht trackhaft. Das Ganze wurde durch Druckmittel erreicht. Es ist doch gar nicht so gewesen, dass die, die haben klar, die haben drüber geredet. Aber eigentlich hat diese Bombe am Ende alles entschieden. Wäre diese Bombe nicht da gewesen, hätte man nicht erstmal die L'Oreal gefoltert und hätte ihr nicht gesagt, ja, wenn am Ende jagen wir ganz Kronos in die Luft oder machen euren Planeten unbewohnbar. Wenn du das nicht haben willst, dann nimm doch lieber die andere Alternative und zwing deine Mitmenschen ein Imperium zu bilden. Also letztendlich in Next Generation wurde über vieles geredet und es wurden Argumente gefunden, warum ein Konflikt vermieden werden sollte, warum ein Krieg nicht durchgeführt wird oder warum eine Alternative das Bessere ist. Darüber wird hier nicht geredet. Es wird nur, es wird gezwungen. Es wird gezwungen, entweder machst du das oder ihr seid alle tot. Und das hat, die haben, hat keine Serie davor in diesem Maße gemacht, wie Discovery es gemacht hat. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde es vielleicht mal so zusammenfassen. Es wird ein moralisches Dilemma angeteasert, dass er dann im Grunde nur aufgrund äußerer Umstände gelöst wird. Genau. Es war halt durch einen MacGuffin, wurde das Problem gelöst. Ja, genau. Und das ist halt relativ billig. Ja, das ist billig. Das kommt nicht aus der Geschichte selbst heraus, sondern das kommt daraus, weil man jetzt innerhalb von zwei Episoden das abschließt, was eigentlich in eine ganze Staffelhälfte aufgebaut wurde, vergessen wurde in der zweiten Staffelhälfte. Und weil man jetzt doch ein ganzes Reset jetzt machen wollte, weil es einfach so sein muss und man am Ende auf die Enterprise treffen will, wurde innerhalb von zwei Episoden das so unbefriedigend gelöst, dass man es eigentlich gar nicht mehr gut reden kann. Weißt du, und ich hatte kurzzeitig die Hoffnung, also erstmal war das für dich eine Überraschung, dass die Imperatorin einen Völkermord begehen will. Ich bin ehrlich gesagt irgendwie immer davon ausgegangen, dass sie die Höhlen kategorifieren, um zum Beispiel Bomben an den bestmöglichen tektonischen Stellen zu bringen. Weil mit welcher Invasionsflotte haben die denn vorgehabt, da einzufallen? Also du und welche Armee? Und warum spielt man es dann nicht föderationsmäßig? Zum Beispiel föderationsmäßig wäre doch gewesen, die Bombe zu platzieren, dann als Föderation bei den Klingonen anzurufen und zu sagen, so Freunde, wir haben euch jetzt bei den Eiern und jetzt reden wir. Und dann hätten die wahrscheinlich dann auch gesagt, oh okay, ja, wenn das so ist, gut, dann müssen wir vielleicht doch mal reden. Und dann hätten sie sich zurückgezogen und wir wären dann auf Status dieses kalten Krieges, den wir bei Kirk haben. Das wäre doch viel logischer gewesen, weil sie nicht wissen, wo die Bombe ist und die Bombe irgendwie mit einem Tarnfeld, Generator oder was auch immer versteckt ist. Oder weil die Strahlung an der Stelle so groß ist, dann wissen sie nicht, wie man es finden kann, was auch immer, ist halt diese Bedrohung, dass die Föderation jederzeit die klingonische Heimatwelt zerstören könnte, so groß und deswegen haben wir diesen kalten Krieg und irgendwann bei Quito mehr einigt man sich drauf und lässt das halt weg. Warum spielt man denn das nicht so? Wäre doch irgendwie sinnvoller gewesen. Ja, die Taktik war generell die ganze Zeit einen Präventivschlag zu machen, damit die Klingonen von der Erde abholen. Genau. Und dann beamen sie also auf Kronos und dann, das war mit Abstand. Also ich glaube sogar ein Außenteam nur mit Red Shirts hätte sich nicht dümmer verhalten können als die. Also erstmal, was soll das für ein Kronos sein? Okay, ich sag mal, dieser Markt so von mir aus, und der ist ja auch eigentlich ganz nett gemacht, wir sehen Aliens mit zwei Harnröhren, wir sehen den Käfer, den wir aus Star Trek 2 kennen, nämlich der, der auf CT Alpha 6, 3, 4, 5, was auch immer, von Kahn an Chekhov und den Käpt'n, wie auch immer er heißt, ins Ohr gesteckt wird, damit sie seinem Willen gehorchen. Und wir haben das Walfleisch, das die Michaela da ist. Also noch so ein paar kleine Insider-Gags, das ja wieder zeigt, dass die den kennen, kennen und trotzdem so schändlich teilweise damit umgehen. Aber dann beamen die da runter, die malen sich nicht mal grün an, also aus jeder Pore tropft Sternenflotte raus. Und dann fragen sie sich durch, ich meine, dass die Imperatorin vielleicht, dass es der Wurscht ist, die als erstes in den Puff geht. Okay. Das passt ja noch, das passt zum Charakter. Genau, das kann ich vielleicht sogar noch irgendwie. Aber dass Tilly dann einfach sich dann bekifft, ja, nur weil der Typ sagt, ach, also sorry, was soll das denn? Und dann Ashfog, der dann plötzlich anfängt, fließend Klingonisch zu reden, ist auch null auffällig, ja. Und alle Klingonen, die gerade gegen die Menschheit kämpfen, sagen so, hey, Buddy, cool, Abla ist Buddy. Ja, also, nee, nee, nee. Mich hat eher an dieser ganzen Connors-Geschichte gestört, dass die da hingebeamt sind zu diesem Schwarzmarkt und da gar keine Klingonen unterwegs waren. Ja doch, da waren schon welche. Doch, doch. Ja, ein bisschen im Hintergrund, aber sonst ... Also, dafür, dass man auf Connors war, waren da jetzt nicht viel Klingonen, aber es war ja auch eine Orionische. Und da denke ich immer mal, Orioner sind einfach nur grün. Also, einfacher wäre die Verkleidung jetzt auch nicht gewesen, aber egal. Ja, okay, aber wir sind schon wieder in der 15. Folge, die 14. Folge. Ja. Ich meine, jetzt hätte man die Chance gemacht, die kommen zurück und jetzt wird nach einer Problemlösung gesucht und letztendlich ist es ja schon so ein bisschen im Star-Tech-Geiste, dass die Führung der Sternenflotte einfach eine beschissene Entscheidung trifft. Also, es gab keine Serie, wo es mal irgendwelche Generäle in der Sternenflotte gab oder Admirale, die eine sinnvolle und nachvollziehbare Entscheidung zum Guten der Föderation getroffen hätten. Immer ist eigentlich die Führung der Arsch im Kasten, der alles madig macht. Und auch hier wieder, hier kommen sie zum beschissensten Plan überhaupt, und zwar die Imperatorin als Undercover-Captain da unterzuschleusen und diesem Plan nachzugehen, weil sie verzweifelt sind. Okay, ich kann es verstehen, aber letztendlich, das ist halt mal so eine typische, wie gesagt, eine typische Entscheidung eines Sternenflotten-Oberhaupts, das auch so in der Tat in anderen Serien hätte sein können. Ja, der Admiral, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aus DS9, der ist eigentlich relativ vernünftig. Ich weiß gerade nicht, Admiral Ross heißt der. Der ist eigentlich ziemlich vernünftig und ich glaube, soweit bist du bei deinem Rewatch. Du machst ja gerade TNG. Aber ich fand es halt, weißt du, es ging ja schon los mit Folge 14, die nahtlos anknüpft an die Folge 13, die beamen da drauf und das Erste, was die macht, die Imperatorin ist, zum Saru hinzulaufen, so nach dem Motto, warum kann ich dich jetzt gleich in die Pfanne hauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so verhält sie sich halt permanent. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, nee, sorry, die ist ja nicht dumm. Die hat es ja zum Imperator gebracht. Die kann ja nicht so doof sein. Und sie will das ja und wir werden die hundertprozentig noch mal sehen. Die ist nicht weg. Ja klar, deshalb haben sie ja aufgehoben und wenn Michelio mal wieder Zeit hat und ein bisschen Budget dafür da ist, bringt man sie wieder her. Dann bringt man sie wieder her. Das heißt, die kommt dann wieder und wenn die sich weiterhin so doof verhält, dann wird sie aber auch nicht allzu lange überleben. Also das ist... Ja, nur, aber da sind wir wieder beim Problem des Spiegeluniversums, was ja eingeführt wurde, so als One-off-Joke, als böse Version der normalen Sternenflotte, was eigentlich keinen ganzen Storystrang trägt. Weil die sind, sie sind so karikiert überzogen. Genau, die können nur das, was sie können und das ist nett mal als Gag in der Staffel, aber nicht als dauerhafter Charakter, weil ganz ehrlich, wäre die echt, hätte sie natürlich die Rolle dann gespielt, zumindest mal bis auf weiteres. Ich meine, Lorca hat es ja auch hinbekommen. Eben. Also von daher, das fand ich also wirklich ziemlich albern. Also irritiert ist, dass da der Saru steht oder halt einer von dieser Kelpianer Rasse. Okay, aber den dann gleich anzugreifen, also... Ich meine, die haben den zwei Folgen vorher noch gegessen. Genau ihn. Ja, okay, aber ich meine, selbst wenn sie mir die Kuh im Steakhouse vorher noch zeigen, würde ich sie drei Wochen später jetzt auch nicht wiedererkennen. Ja, ich meine, das Handeln von der bösen Imperatorin kann ich noch nachvollziehen, weil so ist der Charakter angelegt. Allerdings ist das Handeln wieder von Michael Burnham, die sich irgendwie versucht, an eine Wiedergutmachung ihres alten Captains zu klammern und das Gute in ihr zu sehen, was einfach nicht klappt, das finde ich schon selten dämlich. Ja, eben. Ich meine, erst in der zweiten Staffel sagt sie ja, du bist ja wirklich nicht wie meine Georgiou. Ja. Hast du das jetzt erst gemerkt? Ist nicht wahr, ja. Also auch das war wirklich so ein Satz, wo ich mir genau so gedacht habe, so okay. Okay, ich hatte ja in einer oder in den letzten Folgen ja gesagt, dass dieses Familiengefühl so ein bisschen fehlt. Jetzt haben sie es mit dem Holzhammer reingehauen, nämlich in der Form, dass dann alle Tyler wieder lieb haben, ja, die ganze Crew. Auf der einen Seite, okay, wie erwachsen und wie föderationslike und wie entwickelt, auf der anderen Seite irgendwie so, ey, der hat gerade den Schiffsarzt gekillt, ja. Ja. Auch, dass er am Ende, vielleicht handeln wir mal eben den Ashfog mal ab, dann haben wir den eigentlich so durch, weil er hat sich für mich von einem der spannendsten, zum einen der langweiligsten Charakter entwickelt. Mhm. Ich hatte eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es in einer der ersten Folgen gesagt habe, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, habe ich es vielleicht nur gedacht, aber als ich halt eben dachte, okay, das ist jetzt also der Plot dieser Staffel, dass also dieses Wechselspiel zwischen Schläfer und Spion und doch Föderation und wie auch immer, auf der einen Seite und am Ende vielleicht der große Reveal, huhu, er ist doch ein Klingone, und dann der Showdown gegen die Burnham, das hätte ich jetzt gedacht, dass es kommt, ja. Ja. Wäre ja auch so richtig gewesen. Wäre ja auch irgendwie ganz cool gewesen, ja. Ja. Stattdessen ist er jetzt L'Orealts rechte Hand und dann auf einmal weg und hä? Und wieso darf der eigentlich, wieso darf der eigentlich so gehen? Ich meine, der weiß alles über die Discovery, ja. Ich meine, die L'Oreal, die kann ja jetzt einfach, ich meine, wer sagt denn, dass die Klingonen jetzt aufhören? Die können ja jetzt sagen, okay, gut, jetzt sind wir vereint, jetzt haben wir noch mehr Schlagkraft. Ich meine, die Föderation ist so gut wie weg, ja. Und dann hat sie jemand in die Hand rein. Genau, das war auch so eine Sache. Ich meine, die haben ihr die Macht in die Hand gegeben, klar, Verzweiflungstat, aber was hätte sie davon abhalten sollen, genau die Invasion fortzuführen und jetzt über das Ganze, über die ganze Galaxie zu herrschen? Eben, ja. Sie hätte ja einfach den Zünder wegschmeißen können. Ja, also, ja. Und sagen, oder halt, und überhaupt, warum folgen die ihr nur? Also, du musst dir mal vorstellen, das wäre ja genauso, wie wenn jetzt die ganze Welt sich Donald Trump unterwerfen würde, weil der sonst sagt, wenn ihr euch mir nicht unterwerft, dann nüge ich euch alle weg. Und dann sagt die ganze Welt auf einen Schlag, ach so, ja dann, okay, alles klar. Aber das passt doch genau in das Bild der Klingonen, das diese Serie geprägt hat. Wir haben nicht die differenzierten Klingonen, die wir aus den anderen Serien kennen, selbst nicht aus Enterprise, wo sie noch ein bisschen mehr Charakter hatten. Nein, wir haben diese wilde Spezies, die über nichts nachdenkt und einfach nur brutal rumläuft und demnächst besten Herrscher folgt, wo keine grauen Seiten, keine weißen Seiten sind, die sind einfach nur böse. Ich meine, die Serie hat, im Vorhinein wurde gesagt, die wollen mal die Klingonen ein bisschen mehr beleuchten. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil. Die Klingonen wurden auf ihr Äußeres reduziert in dieser Serie und nicht anders haben sie sich am Ende auch verhalten. Und ich hatte, apropos Äußeres, und ich dachte wirklich, ich habe a gedacht, kurzzeitig gedacht, okay, sie ziehen das mit der Explosion irgendwie durch oder zumindest so weit, dass die Klingonen sich halt zurückziehen müssen. Die machen halt so, keine Ahnung, und bringen den Planeten mal ins Wanken oder wie auch immer. Die müssen dich dann zurückziehen. Oder durch diese, keine Ahnung, wie auch immer geartete Katastrophe dann auf Kronos kommen vielleicht dann doch unsere Augment Klingonen, also die ohne Stirnlappen, dann an die Macht. Dann hätte ich ja wieder so ein bisschen mal doch noch eine, also wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, es gab immer wieder verschiedene Punkte, wo man hätte sagen können, ja, jetzt geh links und dann passt es wieder und sie gehen halt dann rechts oder geradeaus. Und meistens gehen sie halt einfach nur geradeaus. Es ist, es ist halt kein, es wurde kein cleverer Weg, es wurde kein, äh, zu diskutierender Weg. Ich meine, diese Serie hat nichts konsequent durchgeführt. Die hat immer wieder Sache angeteasert, Fragen gestellt, wo sie aber nicht tiefer drauf eingegangen ist und ist am Ende den Easy Way Out gegangen. Und das ist auch wieder hier am Ende. Man hätte so schön, dann hätte man meinetwegen die Kontinuität, den Kanon komplett gebrochen. Das wäre jetzt in diesem Fall letztendlich auch scheißegal gewesen. Dann hätten sie noch den Krieg weiter vorangezogen oder die Föderation wäre wirklich in Trümmern da gewesen und eine kleine Rebellengruppe versucht, es wieder aufzubauen und meinetwegen ganz am Ende der Serie gibt es einen Zeitsprung, wo das ganze Reboot stattfindet oder wir sind in noch einem Mirror-Universum. Das wäre ja irgendwie clever gewesen, aber nee, dann machen die so halbgare Sachen, wo sie was anfangen und dann sagen, okay, nee, wir müssen ja doch irgendwie zum Starts-Quote zurück, also ist der Krieg jetzt mal vorbei. Ich meine, und der Krieg ist ja echt vorbei, ne? Einfach so. Einfach so. Sagen die Klingonen, ach so, ja, okay, ja, dann, äh, also das war... Da geben wir auch alle besetzten Gebiete zurück. Ja, genau. Ja, und wenn man sich mal daran überdenkt, wie, wie, wie die Klingonen halt bei TNG oder DS9 ein Geschiss drum machen über die Gebiete, die sie, ähm, oder wo sie ja ohne die Föderation anzufragen, sofort in Cardassia einfallen oder zumindest kardassianische Gebiete, die sie dann auch nicht mehr zurückgeben wollen, ja, und so weiter und so weiter und da ist das Verhältnis zwischen Föderation und Klingonischen Reich ja weitaus besser. Also, nee, ich, ich, ich verstehe das nicht. Es sind einige Dinge, die ich, die ich nicht so ganz äh, verstehe. Was mir dann auch so aufgefallen ist, was ist denn eigentlich mit der terranischen Discovery? Äh, die wurde zerstört. Wird das gesagt? Ist mir das entgangen? wurde, das wurde in einem Nebensatz in der, in irgendeiner der letzten Folgen gesagt. Ich glaube, es war sogar in Folge 14. Es wurde gesagt, die dachten, die Discovery wäre zerstört, weil das Erste, was passiert ist, als, äh, die da ankam, ist, dass die zerstört wurde. Also, die alternative Discovery wurde definitiv irgendwie in dieser, äh, in diesem Universum zerstört. Okay. Von den Klingonen, glaube ich sogar. Ah, okay, gut, das ist mir dann irgendwie entgangen. Und was macht die Imperatorin jetzt? Auch die einfach gehen zu lassen ist halt, ich meine, was glaubt denn die Föderation, was die macht? Auf Riser Urlaub? Ja, deswegen habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich nämlich wissen, was ist denn mit der ISS Discovery, weil vielleicht sucht die ja jetzt die ISS Discovery, weil wenn es die noch gäbe, gäbe es ja auch die terranische Besatzung drauf, für die sie immer noch gerne Chef ist. Nee, aber das wurden, hier wurde jetzt einfach wirklich the easy way out genommen, genau wie, die Discovery ist kaputt, der Lorca wurde auch in einem Satz abgehandelt, den gibt es einfach nicht mehr, der wurde scheinbar irgendwie getötet dann dabei und alle diese interessanten, diese interessanten Sachen, die hätten eintreten können, die wurden einfach beiseite geschoben. Ich meine, wie geil wäre es denn gewesen, wenn sie dann auf Vulcan den Primetime Lorca abgeholt hätten als neuen Käpt'n. Ja, ja. Ja, ich meine, gegen den Isaacs fand ich ja nicht schlecht, ja, wobei ich es ehrlich gesagt scheiße finde, dass sie überhaupt jetzt, also ich bin mal gespannt, ob die neuen Käpt'n einführen, weil ich fand, ehrlich gesagt, ich bin Team Saru, ja. Ja, definitiv, der hätte es ja auch verdient. Ich meine, in irgendeiner Folge hat er doch die ganze Zeit gesagt, dass Burnham ihm die Chance zerstört hat, irgendwie mal Käpt'n zu werden. Richtig. Ja. Er will's doch ganz offensichtlich und macht auch einen ganz guten Job. Eben, er will's, er hat einen guten Job gemacht, die Crew akzeptiert ihn voll und ganz. Wir hätten endlich mal einen Alien als Käpt'n, hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge mal angesprochen, dass es das ja so noch nicht gab, also nicht als Hauptcharakter. Also das wäre doch eine tolle Sache. Und das würde doch einfach zeigen, ich meine, im Mirror-Universum wurden die Kelpianer doch komplett unterdrückt und als Essen benutzt. Das hätte doch mal gezeigt, wie progressiv die Föderation ist, dass die Kelpianer als Käpt'n einsetzen und dass Diversität mit eingeführt wird und dass die Gleichberechtigung für alle fordern. Mhm. Ja. Das, ja, ich weiß von manchen Sachen gar nicht mehr und ich hab dann der krönende Abschluss, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, nee, das machen wir erst noch mal später über die Enterprise reden, aber da hab ich noch sogar meine ganz eigene Meinung zu. Okay, aber ich will noch ganz kurz zu Ash Tyler. Aber bitte. Letztendlich, ich meine, den Weg kann ich verstehen, er war mir aber am Ende dann noch zu sehr Ash als Wok. Ähm, das Versprechen war so ein bisschen auch dadurch, dass man den gerettet hat, dass wir irgendwie, hat er ja auch gesagt, ich bin nicht mehr Tyler und ich bin nicht mehr Wok, ich bin was dazwischen. Ähm, aber er verhält sich einfach nicht so, als ob er irgendwas dazwischen wäre. Am Ende geht er auch mit der Larell weg, was auch sagen könnte, ich bin was dazwischen, aber er verhält sich einfach, äh, so nicht. Nur in der einen Szene, wo er, äh, das, äh, klingonische Spiel da spielt, äh, führt er sich erstmal wie so ein Klingone auf. Aber ansonsten ist er dann am Ende der gute Sternen, äh, flotten Offizier. Und ich meine, ich meine, dieser Charakter hatte doch sowieso von Anfang an so, so viel Potenzial. erstens, es war ein gefolterter Soldat, der unter posttraumatischem Stress gelitten, äh, hat und trotzdem als Sicherheitsoffizier auf dem wichtigsten Schiff der Flotte eingesetzt wird. Ähm, der hat genug Konflikte zu tun. Dann kam auch noch raus, dass der ein, äh, äh, Schattenagent ist und eigentlich ein Klingone ist, was noch mehr Konflikte herauf, heraufruft und noch mehr schönes Potenzial für Storytelling hat. All das wischt man zur Seite für, äh, ein Alles-ist-gut-Ende. Naja, weiß ich nicht, ob es Alles-ist-gut-Ende ist, auch der, aber es wurden einige Dinge zur Seite gewischt, der Sporenantrieb in einem Nebensatz gekillt. Genau. Es wurde, äh, genau. Es wurde gesagt, ja, ähm, äh, sind Menschen dann doch nicht so angenehm, wir suchen mal noch mal nach einer anderen Lösung. Und bis wir das haben, nehmen wir halt Warp Drive. Okay, alles klar. Ja. Genau. Es ist keine, keine, keine Ansatzweise, Diskussion darüber, dass dieser Sporenantrieb beinahe alle Universen zerstört hätte. Ja. Sogar da gibt's eine ganze TNG-Folge über Tempolimits beim Warp Drive. Ja. Die jetzt auch ziemlich geil ist. Die ist zwar auch nur, äh, Dialog, also absolut Dialoglastig. Wobei, nee, da bringen sich doch, die einen bringen sich doch dann um, glaub ich, um zu beweisen, dass es eben, also das ist, äh, genau, da ist ja dieses Wissenschafts-Alien-Paar, die rausfinden, dass wenn man durch ihren Raumsektor über Warp, keine Ahnung, 5 fliegt, dann zerstört es ihre Heimatwelt, irgend so ein Kram. Ja. Und, äh, keiner glaubt ihr und alle sind halt Warp-geil, äh, so wie bei uns halt Diesel-geil sind und keiner glaubt ihr und dann stürzt sie sich am Ende irgendwie, weiß ich nicht, fliegt sie halt mit Warp 9 und dann wird sie zerstört, irgendwie so ein Kram. Und dann wird in der Stelle halt ein Tempolimit. Aber die ganze Folge ist halt im Prinzip ein Für und Wider über den Fortschritt und, 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 und soll man und kann man und wegen einem Planeten und, und so weiter und so weiter. Also, es ist halt wirklich Track, ja, ohne, ohne, Wie du, wie du sagst, es wird ein Thema behandelt und durchgekaut. Ja. Durchgekaut in einer Episode, dass man sich viele Fragen stellt und dass man auch mehr oder weniger zufrieden ist oder vielleicht noch eine Folge zu dem haben will. Das große Problem von Discovery ist dadurch, dass sie eine große Storyline haben, haben sie einfach alles, alle Themen in einer Handlung verwoben und hatten nie Zeit, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Nie Zeit, eine Frage mal durchzukauen. Und, äh, obwohl, wie ich schon gesagt habe, so viel Potenzial dahinter gewesen wäre. Auch alle Fragen, alle Fragen, die da gestellt worden sind, sind irgendwie spannend gewesen, aber wurden direkt beiseite gewischt. Und ich glaube, das ist mein Problem. Jetzt, nachdem ich so die Staffel gesehen habe und es ist ja jetzt, weiß Gott, keine schlechte Serie. Ja. Ja. Also, wer bis hierhin durchgehalten hat und ich weiß, da sitzen bestimmt wieder viele vor den Empfangsgeräten und sagen, boah, die sind jetzt schon wieder nur am Meckern hier. Also, guckt ihr euch den Scheiß dann überhaupt noch an. Naja, es ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Aber es könnte halt besser sein, unserer Meinung nach und das ist alles hier rein subjektiv und es ist halt dann doch kein Track mehr. Und ich glaube, das ist das, was mich halt die ganze Zeit so gestört hat. Ich habe nichts gegen eine große Rahmenhandlung. Es müssen halt auch mal zeigt ja DS9, dass es funktioniert. Genau, richtig. Es müssen aber halt auch zwischendrin mal Dinge mal diskutiert werden und auch nicht in jeder TNG-Folge oder deine berühmte Folge hier in DS9, die du so gut findest. Pale Moonlight. Genau, lässt ja den Charakter als, also PK geht ja nicht immer als der Sieger vom Feld. Meistens schon, aber nicht immer. Es gibt auch Folgen, wo halt die Lösung, wo es keine Lösung gibt. Ja, wo die Lösung ist. Und auch das ist okay. Genau, wo die Lösung halt ist oder das Auflösung einer Folge ist, es gibt halt einfach keine Lösung. Diese Welt hat diese und diese Regeln, da kann ich mich jetzt auf den Kopf stellen, das unmoralisch finden, es geht aber halt nicht anders. Also oder, oder, oder. Oder ich kann halt eben nur, ich muss halt 100 retten und muss einen sterben lassen oder wie auch immer. Und von solchen Fragestellungen wurde keine, also es ist keine, also es wurde immer angeteasert und dann sofort weggewischt. Und das ist halt, und das ist das glaube ich, warum das kein, also warum dieses Trackfeeling neben dem Familiengefühl fehlt. Wobei zu dem Familiengefühl habe ich mir sagen lassen, dass das wohl in einer Aftertrack-Folge thematisiert wurde, dass es also wohl teiles Konzept war, dass es in der ersten Staffel noch kein Familiengefühl gab oder geben sollte und sich das dann am Ende umso mehr einstellt. Okay, ich sage mal, wenn das Absicht war, dann hat das zumindest halbwegs funktioniert. Vielleicht hätte man es vorher mal irgendwie mitteilen sollen. Ich hätte ja die Crew vorher zeigen können, als Family in der ersten Folge, da mache ich sie alle platt und am Ende müssen sie sich wieder finden. Irgendwie so ein Kram. Ja, ist ja, ich meine, wieso nicht? Aber letztendlich, genau, wir haben hier, wir haben, wie gesagt, immer wieder das Wort Potenzial. Die erste Hälfte der Staffel hat mir richtig gut gefallen, weil da Sachen aufgebaut worden sind. Man hat diesen Klingonen-Konflikt, auch wenn man nicht mit allem übereingestimmt hat, was die da aufgebaut haben. Man hat sehr, sehr zwielichtige Charaktere, wie einen Käpt'n, der nicht dieser übermoralische Käpt'n ist, den wir sonst kennen. Wir haben Offiziere, die, Michael Burnham, die in Ungenade gefallen ist und sich wieder raufkämpfen muss. Man hat einen Ash Tyler, der gefoltert wurde. Man hat einen Stamets, der ein Problem, der mit dieser neuen Art Sporenantrieb in seinem Körper zurechtkommen muss. Es ist ja alles da, das hätte man ja ausarbeiten können. Und da waren auch viele Sachen drin, die Star Trek ausmachen und die neu waren und wo man nicht jede Folge, es wurden halt zwar kleine Hinweise auf alte Serien und auf Enterprise so gestreut, was völlig in Ordnung ist, aber das wird alles verworfen im zweiten Teil der Staffel. Man hat einen x-beliebigen Mirror-Universe-Plot, wo plötzlich der zwielichtige Käpt'n einfach die böse Variante ist. Michael Burnham hat nicht, es wird die ganze Zeit gesagt, sie will sich bessern, sie will besser werden, man sieht aber trotzdem keine Entwicklung. Am Ende ist sie einfach wieder gut drauf oder hat irgendwas gelernt. Wir haben aber nicht den Weg dazwischen gelernt. Und in der zweiten Staffel wurden auch so viele Hinweise und Referenzen auf alte Star Trek-Serien gebracht, dass die fast wichtiger waren als die Story an sich selber. Und irgendwie war der zweite Teil ein komplettes Durcheinander, was überhaupt keinen Fokus hatte, wo man jetzt wirklich sich noch tiefer hätte mit dem Klingonenkrieg beschäftigen müssen, nein, aber man hat was anderes aufgebaut. Und ich glaube, ich weiß auch mittlerweile, warum das alles so passiert ist. Weil ich habe ein Interview in den letzten Tagen gelesen, dass angeblich, und das ist jetzt genau das Umgekehrte, was wir zum Beispiel bei Star Wars Last Jedi gesagt haben, wo unser Problem war, dass die für die Trilogie keinen Masterplan hatten, angeblich gab es für die erste Staffel Discovery, die ganze Zeit war klar, wie diese Staffel enden soll und wo die hin möchten und was die großen Sachen waren, was die erreichen wollen. Und die haben sich dann, und dann haben sie versucht, den Weg dahin zu finden. Und dieser Weg hat einfach nicht dann funktioniert, weil sie vielleicht ihr Ziel nicht mehr anpassen konnten und weil sie vielleicht dann doch Kompromisse eingehen mussten, um zu diesem Ziel zu kommen. Was genau, wie gesagt, das Umgekehrte ist, was wir an Star Wars kritisiert haben, haben sie in einer anderen Richtung bei Star Trek komplett falsch gemacht. Und was war jetzt das Ende, dass sie auf die Enterprise treffen? Genau. Das wussten die Schreiber angeblich die ganze Zeit, dass die Enterprise irgendwie dann noch damit reinspielen wird, dass Lorca die ganze Zeit ein böser Zwilling war, dass Vok die ganze Zeit Ashtailer war. Diese großen Ziele, die wussten die ja alle und haben diese Mystery Box aufgespielt und haben auch gewusst, dass der Klingonen Krieg enden muss am Ende der Staffel. Aber die haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, ob es auch noch Sinn macht, dass es am Ende so rauskommt. Also die haben stur ihr Ziel verfolgt. Ohne Kompromisse wollten sie dahin gehen, was sie sich am Ende für einen Plan zurechtgelegt haben, ohne drüber nachzudenken. Macht der Plan am Ende überhaupt noch Sinn? Also mein Gedanke beim Ende war eigentlich eher, wow, die haben so wenig Eier, dass sie die Enterprise brauchen, um die Leute bei der Stange zu halten, in einem Jahr wieder einzuschalten. Das war mein Gedanke. Das war nicht, hey, cool, die Enterprise, wobei ich das Design ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Also ich fand das ein schönes Redesign, mir gefallen. Aber ich habe mir nur so gedacht, ach, nö, jetzt nicht wirklich. Das war kein, hey, cool, die Enterprise, sondern es war eher so, ach nee, ernsthaft jetzt? Ihr braucht jetzt die Enterprise, um den Cliffhanger zu machen, damit ich in einem Jahr wieder einschalte? Echt jetzt? So wenig Eier habt ihr, so wenig Selbstvertrauen? Ja. Und lustigerweise gibt es dann nochmal einen anderen Satz vom Autor, der darüber geschrieben hat. Es war denen klar, dass sie die Enterprise zeigen werden, weil es halt in einer ähnlichen Zeitlinie ist und die Enterprise ist ja auch wohl zehn Jahre schon vorher, äh, vor der Discovery schon ausgelaufen war. Also das Schiff ist, das war mir gar nicht bewusst, dass die Enterprise schon zwanzig Jahre unterwegs war, bevor, äh, Kirk Captain gewesen ist. Also es macht schon Sinn, dass da im Prinzip ältere Technik in der Enterprise drin ist, als in dem, ähm, äh, in dem Flaggschiff der Flotte der Discovery, weil das Ding schon zehn, zehn oder fünfzehn Jahre unterwegs ist zu dem Zeitpunkt, wo wir hier jetzt, äh, angekommen sind. Mhm. Kannst mich vielleicht korrigieren, falls ich falsch liege, aber das habe ich, äh, gelesen. Und, äh, Kann gut sein, weiß ich jetzt nicht besser. Also von daher. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die wussten, dass sie die Enterprise reinbringen und dass sie reinbringen müssen, aber das heißt, noch längst noch nicht, was der Autor gesagt hat, dass man auch Spock sieht. Und dann habe ich gedacht, what? Ihr holt jetzt die Enterprise mit, äh, äh, wie heißt der? Captain nochmal. Mit Captain Pike, wo, äh, Spock der erste Offizier, äh, zieht sie, holt ihr jetzt extra rein, zeigt sie und dann am Ende soll doch nicht Spock vorkommen? Ja. Ich hatte kurzzeitig gedacht, als sie nach Vulkan fliegen, habe ich gedacht, joa, jetzt scheiß doch komplett auf den Cannon, mach doch einfach Spock zum Captain. Ja. Ja. Habe ich so gedacht, okay. Und das wäre ja dann ein, meinetwegen hätten, das machen können. Das wäre dann konsequent gewesen, wenn diese Serie mal konsequent gewesen, äh, wäre und was durchgezogen hätte. Das wäre ja cool gewesen, dann wäre der Cannon auch scheißegal gewesen. Dann hätte man irgendwie noch erklären können. Das ist ja sowieso, äh, das ist so eine, so eine zwiegespalten Persönlichkeit. Ich bin schon Beyond-Erklärung, ja. Also ich bin schon absolut Beyond-Erklärung. Einerseits packen sie die ganze Zeit irgendwelche netten Referenzen rein, aber andererseits brechen sie den Cannon. Also das ist irgendwie so eine Schizophrenie, die in dieser Serie, äh, herrscht. Und ich meine, auch das Redesign fand ich ziemlich cool. Ich meine, das können sie gerne, gerne machen, man kann es eh nicht mehr wegerklären. Und das ist halt eine ganz andere Interpretation der Sternenflotten-Technik, die zu dem Zeitpunkt bestanden hat, als sie in den 60ern war. Man muss sich so ein bisschen denken, als ob ein anderer Zeichenstil angewendet, äh, wurde hier. Was eigentlich eine ganz coole Idee dafür ist. Mir hat sie sogar, ich hab sie mir jetzt noch nicht im Detail, nochmal irgendwie im Standbild angeguckt, aber auf den ersten Blick weitaus besser gefallen, als die 2009er JJ Enterprise. Also ich fand die wirklich, hat mir echt gut gefallen. Definitiv. Ja, genau. Aber, kommen wir vielleicht nochmal zu den, äh, zu der, zu den zwei Folgen zurück. Ähm, Sporenantrieb, konnte man plötzlich wieder aufladen, weil man mal eben schnell in Terraforming durchgegangen ist, was doch in, in welchem Star Trek Film war das? In Teil 2, ne? Teil 2, ja, also das kommt, ganz ehrlich. Was da noch ein Riesenaufwand war, oder? Nö, das, dieses Device hat den, ich weiß immer, ich hab mich immer gefragt, ob das eigentlich ein, ein Zeitraffer sein soll, die Animation, die man da sieht, oder ob das Echtzeit ist. Wie auch immer, das hat mich gar nicht mal so, ja, okay, von mir aus. Ganz ehrlich, das war so, das gab ich jetzt halt auch. Aber, aber auch die Erklärung dafür, warum habt ihr das denn nicht vorher gemacht? Ja, der andere Mechaniker, mit dem ich dazu haben, gearbeitet hat, der hatte keinen Bock da drauf. Ja. Ich hab mir gefragt, hab mich gefragt, die haben ja immer noch keinen neuen, also die haben wohl einen Schiffsarzt, oder Ärzte. Ja. Aber die hat man jetzt ja nicht gesehen. Es war ja auch jetzt diese, in dieser Staffel ja so, dass der Arzt nicht nur jetzt tot ist, sondern auch eine relativ, ja, unwichtige Rolle gespielt hat. Das ist ja sonst eigentlich nicht so, eigentlich sind die Ärzte immer sehr zentrale Figuren. Also ein Arzt gehört immer zur zentralen Hauptcharakterbesetzung. Fällt mir jetzt gerade keine Folge, keine Staffel, nö. Crusher, der Holodok, Pille, Dr. Phlox, Dr. eine zentrale, das war auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht hab, wieso ist der Mass-Effekt-Arzt, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, eigentlich so, so unwichtig gewesen. Ja, aber der, der war halt so unwichtig, weil keine Folgen da waren, wo er wirklich benötigt wurde. Aber dann war halt auch die Beziehung zwischen den beiden so unwichtig. Nö, das fand ich gar nicht mal, ich mein, man hat ja auch in den anderen Serien, äh, Charaktere gehabt, die später noch wichtiger wurden, bestes Beispiel vielleicht Geinen. Ja, aber wäre es nicht viel geiler gewesen, wenn der Mass-Effekt-Arzt der klingonische Schläfer gewesen wäre? Das wäre aber schwer zu erklären gewesen mit der Beziehung mit Stamets. Ja, naja, der hätte halt schon, so wie bei, ich komme da jetzt gerade drauf, der hätte dann natürlich anders reingeschrieben werden müssen. Das müsste dann sein, weil ich gucke gerade mit unserem Forever Nerd Girl, habe ich mir jetzt nochmal den Pilotfilm oder die ersten vier Folgen von Battlestar Galactica angeguckt. Großartig. Und habe danach einen kleinen Test gemacht. Und es war sogar für jemanden, der es zum ersten Mal guckt, war sofort in der Lage, sämtliche Charakter mit Dienstgrad und so weiter zu benennen. Hat sie das erste Mal geguckt? Ja. Weil es einfach gut eingeführt ist. Jeder kriegt seine Zeit etc. Und man weiß ganz genau, wer wer ist, weil jeder Name vorher 5, 3, 6, 7, 8, dräuft sich mal gesagt wird. Und dann habe ich schon nach diesen vier Stunden wieder mehr mit denen mitgelitten. Und ich weiß ja, wie es ausgeht. Spoilern es an der Stelle nicht. Aber trotzdem war eine gewisse Spannung wieder drin. Ja, weil man aber auch einen Fokus hatte. Ja. Und worauf ich eigentlich hinaus, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, man hätte es halt so machen können, dass, dass der halt schon immer da als Schläfer drin war, bewusst, absichtlich, bla, als Honeytrap sozusagen für den Schiffsingenieur, um an den Sporenantrieb ranzukommen. Wäre zwar eher, wäre jetzt zwar eher so ein romulanischer Plot gewesen, aber von mir aus. Oder er wäre halt derjenige gewesen, der gefoltert worden wäre und dann befreit würde. Oder irgendwie sowas. Aber diese Beziehung wäre halt glaubwürdiger gewesen, als weil die wurden mir als Paar eingeführt. Also kann ich davon ausgehen, mit zwei Sätzen, wir haben uns ja schon auf der Akademie kennengelernt und lieben gelernt. Prima, weiß ich, die sind so in zehn Jahren zusammen. Haken dran. Alles klar. Und wenn dann einer von denen halt stirbt oder gefoltert wird oder sich halt eben als Böser entpuppt, hat das viel mehr Schwere und viel mehr Gewicht als so eine konstruierte Love Story im Suff auf irgendeiner Disco-Party. Ja. Vor allen Dingen ist diese Beziehung von 0 auf 100 innerhalb von zwei Folgen gegangen. Das war nicht, genau. Auch hier hat man es wieder nicht gesehen. Hier wurde ähnlich wie bei Michael Burnham wurde immer gesagt, die hat das Potenzial, sie möchte sich verbessern, aber letztendlich wurde ihre Entwicklung kaum gezeigt. Sie hat sich übrigens überhaupt nicht verbessert. Wie hat sie denn den ganzen Plot aufgelöst? Durch Befehlsverweigerung. By the way. Ja. Also im Grunde genommen hat sie schon wieder gebrüht. Naja, also der Twist hier war ja, dass sie, als sie das erste Mal gemacht hat, gegen die Ideale von der Sternenflotte gehandelt hat, was ziemlich dumm war und womit sie den Krieg ausgelöst hat, was ich übrigens immer noch nicht nachvollziehen kann. Der Krieg wäre auch so ausgelöst worden, egal ob sie das gemacht hätte oder nicht. Die wollten ja einen haben. Die wollten ja einen haben. Da hätte es auch nichts genutzt, wenn, da hatten sie zwar einerseits einen Märtyrer in dem Kufmar, aber der hätte auch so alle vereint. Und jetzt hat sie die Entscheidung ja im Sinne der Ideale der Sternenflotte durchgearbeitet. Sie hat erkannt, dass man seine Ideale nicht verraten sollte, egal wie schwer es ist. Was ja theoretisch auch sogar eine Lehre ist, die uns Star Trek immer wieder gezeigt hat. Was ja auch gut ist. Aber hier kam es auch mehr oder weniger aus dem Blauen, weil sie auch in der ganzen Mirror Universe Geschichte überhaupt auf die Ideale der Sternenflotte gefiffen haben. Ja, schaltest du in dem Jahr noch mal ein? Ich schalte noch mal ein, klar. Ich will nämlich sehen, ich meine, auch andere Star Trek Serien hatten Probleme in den ersten Staffeln, deutliche Probleme. Aber im Gegensatz zu anderen Serien glaube ich nicht, dass ich mir die erste Staffel auf kurz oder lang noch mal durchsehen werde. Dafür hat mir einfach zu wenig gefallen. Das Gute an den alten Serien war halt noch diese Planet of the Week Sache, sodass man gerne mal zu alten Folgen zurückgegangen ist, auch ohne einen Zusammenhang da haben zu müssen. Hier war alles einfach zu enttäuschend für mich, dass ich mir die erste Staffel noch mal ansehen möchte. Trotzdem gucke ich weiter, weil ich die Hoffnung in Star Trek habe, oder das Potenzial, der Cast ist super, die visuelle Umsetzung ist super, Soundtrack okay, aber letztendlich, es stimmen ja viele Sachen, nur die Autoren kriegen es scheinbar nicht hin, ordentliche Star Trek zu schreiben. Jetzt will ich mal eine Lanze für die Autoren brechen und sag jetzt einfach mal, die Autoren hatten bestimmt sensationelle Skripts, wahrscheinlich hören sie unseren Podcast und hätten genau das gemacht, was wir hier vorgeschlagen haben. Okay, dann liegt die Schuld wieder bei CBS Marketing. Aber das Management Board hat gesagt, nope. Weiß ich nicht. Ist es vielleicht ein Management, so eine Boardnummer gewesen? Es könnte natürlich sein. Ich meine, man hat ja so oft im Vorhinein gehört, dass es Probleme bei der Produktion der gesamten Staffel gab, dass so viel Verzögerung da drin war, dass viel umgeschrieben werden musste, dass der Showrunner gegangen ist und so weiter und so fort. Man hätte es ja fast erahnen können, dass sich das auch in der Staffel widerschlägt und am Ende ist es ja auch so ein bisschen scheinbar so gekommen. Wir hauen immer so auf die Drehbuchautoren rauf und manchmal denke ich mir, vielleicht tun wir den armen Menschen auch komplett unrecht. Die sind ja nicht doof. Und ich weigere mich auch so manchmal zu glauben, dass einfach so offensichtliche Kennenbrüche, dass sie sich dessen nicht bewusst sind. Ich wäre halt echt mal gern dabei, wenn die Entscheidung gefällt wird, wann macht es jetzt so, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat. Die Grundentscheidung, es zehn Jahre vor Kirk zu spielen, ist halt, fand ich Grund, und da fitten die meisten ja grundsätzlich schon doof. Ja, so. Und da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, weil die haben ganz sicher auch andere Ideen gewälzt. Und jetzt mal Budget hin und her, das wäre halt die Anthology-Version, die wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Okay. Aber irgendjemand wird ganz sicher gesagt haben, lass es 100 Jahre nach Kirk spielen, nach Picard spielen, 50 Jahre nach Picard, zehn Jahre nach dem Dominienkrieg, whatever. Hätte man ja machen können. Es wurde ja auch so angesetzt. Es wurde ja auch gesagt, nach der Anthology. Und wenn das die eine Staffel wäre, wäre es ja okay, haben wir eine, nicht gerade gute, aber eine ordentliche Staffel bekommen und hätten jetzt die Möglichkeit, wieder Tabula Rasa zu machen und in was Neues einzusteigen. Und, aber hier hat es einfach einen anderen Weg genommen. Deshalb vielleicht, okay, hauen wir nicht auf die einzelnen Leute drauf, nicht auf die Autoren, vielleicht auch nicht auf die Manager, die vielleicht auch nicht alles dazu kommen, weil viel falsch gelaufen ist, aber ich hau auf die Skripte rauf. Egal, wer für die Skripte verantwortlich ist, die mögen auch alle selber zugeben, dass es scheiße sind. Ich habe jetzt ein Interview letztens zu Silent Hill gelesen, zu diesem zweiten Silent Hill 3D, den ich nicht mehr gesehen habe, dass der Regisseur, die die Regisseurin mittlerweile selber zugibt, das war einfach nur ein scheiß Film. Aber mir wurde das Budget um mehr als die Hälfte gekürzt. Ich musste so viele Kompromisse eingehen, das ging nicht anders. Vielleicht war es ja hier genauso. Aber letztendlich ändert es nichts an der Tatsache, dass die Skripte scheiße waren. Genau. Also das ändert ja nichts dran. Also deswegen muss, da muss man, ich glaube, man muss es auch, oder der Fan hat eben heutzutage die Möglichkeit, sich da zu artikulieren. Früher hat er einen Brief geschrieben, heute macht er einen Podcast oder schreibt es in einem Forum. Und ich hoffe halt schon, dass wenn die Meinung ist, pass mal auf, Freunde, wir gucken das, aber nur noch ein oder zwei Mal und dann ist Feierabend, wenn das nicht besser wird, dass man halt dann sagt, okay, vielleicht, und damit meine ich, ich rede jetzt nicht den Fans nach Mundschreiben. Das meine ich nicht. Das sowieso nicht. Sondern es geht einfach mal darum, auch mal ein bisschen was zu riskieren und halt mal wieder zurück zu dem zu gehen, was Track ist. Und Track ist halt dann in manchen Dingen auch, ja, eben mal, mal Probleme. Konventionen brechen. Konventionen brechen. Sich mit moralischen Dilemmas auseinandersetzen. Mal eine Folge ohne Bum-Bum und Schießerei. Auch zum Beispiel hier so diese Harry-Matt-Nummer im Nachhinein. Was sollte das? Ich glaube, das ist sogar eine der Sachen, die ich besser fand. Weil diese Folge T-Matt-Quadrat, wo er da mit der Tag, ich grüße das Murmeltier-Folge, das war, fand ich, eine der besseren Folgen in der gesamten Staffel. Wenn, da hätten sie auch einen anderen Charakter nehmen können. Klar. Eben, es hätte irgendwer sein können. Weißt du, es hätte jetzt nicht dieses Harry-Matt-Bedarf bedurft, um das zu machen. Darauf will ich hinaus. Ja, okay. Aber letztendlich, genau, das war eigentlich einer der Höhepunkte für mich in dieser Staffel, dass eine Folge wäre, die man sich sogar noch mal anschauen könnte. Wenn man zurückblickt. Man will den restlichen Scheiß gar nicht noch mal sehen, weil man sich nicht noch mal durch die Story quälen will. Aber, ähm, ja, das, so Einzelepisoden, die haben ja teilweise funktioniert. Ich fand die Episode ganz gut, wo sie dann auf dem Planeten waren und, äh, Saru verrückt geworden ist. Mhm. Mit den Zeitsprungen, was hatten wir noch, sogar die Folter-Episode fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil es in sich geschlossen war und sich um ein Thema gekümmert hat und nicht um die große ganze Story, wo die Serie hier das große Problem einfach hatte. Wollen wir mal gnädig sein. Ähm, ich sag ja auch, die erste Staffel von Deep Space Nine ist grottenschlecht und es gibt die beim Rewatch konsequent. Ja, also ich guck die echt überhaupt nicht mehr an, außer die erste Pilotfolge. Guck ich die auch nicht mehr an. Manche kann man sich in der Tat noch anschauen. Ja, ich hab die mittlerweile, ich glaub, ich hab die S9 mittlerweile dreimal gesehen und, ähm, je öfters man, äh, die schaut, desto gnädiger wird man doch mit der erste. Ja, weil man halt weiß, was kommt, ne? Ja. Dass es hinten raus gut wird. Also von daher, das, wie du sagst, ich glaube nicht, dass ich die noch allzu oft gucken werde. Ja. Und bin aber guter Dinge, dass in der Zukunft da dann, ja, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Track im Track ist. Ja, aber jetzt haben sie ja doch die Gelegenheit dazu. Jetzt haben sie nicht mehr dieses Durcheinander, dass die Serie eigentlich ganz anders geplant war, äh, als sie jetzt durchgeführt wurde. Sie wissen jetzt, dass sie eine Crew haben. Sie wissen jetzt, welche Crew sie haben. Äh, sie haben jetzt kein großes Ziel mehr, was sie unbedingt erreichen müssen. Ich weiß jetzt jedenfalls nicht, ob sie das große Ziel haben. Und jetzt können sie sich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Und vor allem Dingen, sie haben jede Menge Kritik. Wie schon, Spoiler, zu Last Jedi, tö, 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 Yoda in Last Jedi gesagt hat, nur aus seinen Fehlern kann man lernen. Ja. Ja, also, packen wir die Staffel mal ein. Ähm, freuen uns, also, ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, von daher, alles gut. Wo ich mich noch mehr drauf freue, anstatt der, äh, 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 in der zweiten Staffel, Discovery, äh, wo man einfach mal reinschauen sollte, weil ich glaube, die, äh, startet auch am 27. zweiten hier in Deutschland, ist The Orville, weil The Orville eigentlich vieles gut macht, äh, was Star Trek früher richtig gut gemacht hat. Auch wenn es mehr oder weniger so eine Mischung aus Parodie, äh, und dann doch wieder Sci-Fi und Dramaserie ist, ähm, bin ich jetzt von der ersten Staffel Orville mehr als Star Trek, wir hatten ja letztens mal die Umfrage gemacht, bin ich mehr als Star Trek überzeugt, als über Star Trek selber? Mhm. Ja, dann werden wir vielleicht auch mal, vielleicht nicht regelmäßig, aber auf jeden Fall, äh, mal ein Staffel-Rap, ähm, äh, Roundup zur, ähm, äh, zu The Orville machen. Ja. Was, was erwartest du denn jetzt für die nächste Staffel? Ja, also ich, ganz ehrlich, was erwarte ich jetzt? Schwer zu sagen. Also, wenn die Enterprise nicht aufgetaucht wäre, Mhm. Dann hätte ich jetzt gesagt, ja, jetzt haben wir das abgehandelt und dann können wir vielleicht jetzt mal mit der Discovery auch was discovern. Mhm. und durchaus ein bisschen mehr Planet of the Week-Feeling mit einem großen Story-Arc und von mir aus auch einem großen Staffel-Bösewicht obendrüber. Ja. So hätte ich es mir gewünscht. Mhm. Jetzt mit dem Auftauchen der Enterprise, ja, schwer, schwer, äh, zu sagen, wie lange die jetzt dann, jetzt Teil davon ist, ob die jetzt praktisch nur so der Cliffhanger war und danach, also, wenn die, wenn sie in ihrer Tradition bleiben, dann wird die jetzt, äh, in der nächsten Folge fünf Minuten gezeigt und dann, ah, ihr habt einen Platten, okay, hier habt ihr drei Schrauben, okay, danke, und dann fliegen sie weiter. Mhm. Das wäre, da wäre ich schon ein bisschen angesickt, ja, weil dann wäre es echt ganz, ganz billig gewesen. Ich schätze mal, dass sie vielleicht zwei, drei, vier Folgen mit denen irgendwie was zusammen machen, dann mal gucken. Ich bin eher gespannt, wenn sie als Spock recasten. Ja, beim Spock weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, der ist dann vielleicht gerade auf Heimaturlaub, ich habe mir eigentlich nur gedacht, ob sie beim, beim Pike, äh, ob sie da den gleichen Schauspieler nehmen, wie in den neuen, äh, Nö, ne, da definitiv nicht, aber, äh, Zachary Quinto kommt ja aus dem Fernsehuniversum. Also, ich fände es cool, wenn sie ihn nicht recasten würden, ja, aber ich würde jetzt auch nicht tot umfallen, wenn sie es machen. Ich glaube, das wäre zu verwirrend, wenn sie ihn, äh, nicht recasten würden, dann würden viele Leute denken, okay, äh, das spielt jetzt im selben Universum, wie, äh, die, die Filmversion, was es theoretisch ja auch noch spielen kann, weil es ja im Prinzip vor dem Prime Universe an sich ist, aber trotzdem, ich glaube, und ich bin mal ganz drauf gespannt, wen sie als Spock nehmen würden, weil da gibt es bestimmt ein paar ganz, äh, spannende Schauspieler, die man dafür einsetzen könnte. Ja, Idris Elba zum Beispiel, ja. oder, äh, 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 keine Ahnung, Katy Perry, oder wen, wer sollte noch James Bond sein, hier, äh, Daisy Ridley, nee, irgendjemanden hatten sie noch als Frau. Ja, vielleicht kommt auch Captain Kirk als Frau wieder, ja, oder als Alien, oder irgendwie sowas, weil, hey, who cares, ja. Ne. Äh, was soll ich sagen, ich sag euch lieber, wo ihr uns das nächste Mal live sehen könnt, nämlich auf der Magic Con in Bonn. Dieser Con könnt ihr uns sehen, die ist Ende März, ich sag's euch auch ganz genau, wann die ist, die ist, glaube ich, am 23., 24., 25. März in Bonn. Dort könnt ihr uns am 24. März, 15 Uhr live on stage sehen, da machen wir nämlich unser berühmtes Nerdquiz, da in einer Fantasy Edition. Wir sind aber auch auf der FatCon, die ist dann etwas später, ich glaube, die ist im Juni oder sowas, ne. Ich meine, Mai, ist die FatCon nicht im Mai, die dürfte im Mai sein. Die FatCon ist dann, kann es sein, dass sie im Mai ist, da gibt's noch kein genaues Datum, wann wir da on stage sind, aber wahrscheinlich auch wieder den Samstag. Und, da, 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 ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von der Destination Star Trek, die im Ende April in Dortmund stattfindet, die offizielle Star Trek Convention. Die einzig offizielle Star Trek Convention in ganz Europa. Genau, die einzig offizielle Star Trek Convention. Und, dort hat man uns etwas mysteriös, nebulös angekündigt, wir mögen uns doch bitte das Datum der Destination Star Trek in Dortmund vom 27. bis 29. April frei halten, denn vielleicht dürfen wir dort auch auf der Bühne ein Panel machen oder Nerdquiz spielen und das wäre natürlich ein Knaller, weil das Line-Up da ist wirklich der Hammer. William Shatner, Jason Isaacs, Nichelle Nickel, Nana Visita, Walter König, René Obergenois, Terry Farrell und so weiter und so weiter. Dein Freund Robert O'Reilly kommt, dann kannst du endlich den Klingonen-Song mal wieder aufnehmen. Ja, Robert Piccardo kommt auch wieder. Robert Piccardo kommt auch wieder, ja, genau. Zum 25. Jubiläum von Deep Space Nine kommt nämlich irgendwie die halbe Cast darüber. Okay, Robert Piccardo ist jetzt Voyager, aber egal. Also da, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, was die da mit uns vorhaben, aber wir sind echt schon, schon mördermäßig gespannt drauf, ob das klappen wird und drückt uns die Daumen. Aber ansonsten freuen wir uns, euch wieder zu sehen. Also, ihr hört uns ja mehr und wir hören euch gar nicht. Deswegen müsst ihr uns auch ab und zu mal was schreiben, wenn euch das hier heute gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info at nerdizismus.de oder postet einfach auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oder eben hier auf nerdizismus.de eure Kommentare in die entsprechenden Kommentare und wir werden die auf jeden Fall mal gucken, ob wir die vielleicht dann in der Orwell-Folge oder live on stage. Irgendwie werden wir auf jeden Fall das Feedback auch noch mal in einer Folge dann verwursten, weil wir wollen natürlich auch wissen, wie ihr denn jetzt Star Trek Discovery gefunden habt und wie ihr diese Staffel beurteilt. In diesem Sinne, live long and prosper, oder? Aha. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.